Deutschlandfunk Der erzkonservative Raisi erhielt bei der Präsidentenwahl knapp 62 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung fiel mit 48,8 Prozent, so niedrig aus wie noch nie bei einer iranischen Präsidentschaftswahl. In Brasilien sind offiziell mehr als 500.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte Gesundheitsminister Queiroga mit. Die Regierung steht wegen ihrer Pandemie-Politik in der Kritik. In dem südamerikanischen Land sind bislang nur rund 11 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Präsident Bolsonaro hatte die Gefahren der Pandemie heruntergespielt in der Hoffnung, dadurch die Wirtschaft am Laufen zu halten. In den USA ist erstmals mit dem neuen Nationalfeiertag Juneteenth an das Ende der Sklaverei vor mehr als 150 Jahren erinnert worden. Im ganzen Land, von New York an der Ostküste bis Los Angeles an der Westküste, fanden Kundgebungen, Vorträge und Konzerte statt. Im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn wurde eine Büste des bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd enthüllt. Präsident Biden hatte am Donnerstag ein Gesetz unterzeichnet, mit dem der 19. Juni zu einem landesweiten Feiertag wird. Dies war bislang nur in einzelnen Bundesstaaten der Fall. Am 19. Juni 1865, zwei Monate nach der Kapitulation der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, hatte ein Nordstaatengeneral in Galston, in Bundesstaat Texas, die Freilassung aller Sklaven verkündet. Die Partei Die Linke hat auf ihrem Online-Parteitag mit den Beratungen über das Programm für die Bundestagswahl begonnen. Den Delegierten liegt ein rund 120-seitiger Entwurf des Parteivorstands vor, der unter anderem einen höheren Mindestlohn und eine Abgabe auf Vermögen ab 2 Millionen Euro vorsieht. Das Programm soll morgen verabschiedet werden. Bereits gebilligt wurde ein Änderungsantrag zur Abschaffung der Sektsteuer. Dafür hatte sich vor allem der Jugendverband stark gemacht. Der Parteivorstand hatte sich vergeblich darum bemüht, eine Aufnahme der Forderung ins Wahlprogramm zu verhindern. Bei der Fußball-EM hat Deutschland das zweite Gruppenspiel gegen Portugal mit 4 zu 2 gewonnen. Die Tore für die deutsche Mannschaft schossen Gosens und Havertz, sowie die Portugiesen Guerreiro und Diaz durch zwei Eigentore. Die Treffer für Portugal erzählten Ronaldo und Jota. Am Abend trennten sich in der Gruppe E Spanien und Polen mit 1 zu 1. Zuvor hatten Frankreich und Ungarn in der Gruppe F ebenfalls mit 1 zu 1 unentschieden gespielt. Bayerns Gesundheitsminister Holitschek kritisierte, dass beim heutigen EM-Spiel der deutschen Mannschaft erneut viele Zuschauer die Maskenpflicht im Münchner Stadion ignoriert haben. Der CSU-Politiker forderte den Deutschen Fußballbund auf, darzulegen, wie beim nächsten Spiel am Mittwoch die Maskenregeln durchgesetzt werden sollen. Die Lottozahlen 11, 19, 21, 29, 35, 36, Superzahl 2. Spiel 77, 5, 3, 5, 2, 1, 6, 9, Super 6, 0, 0, 4, 1, 1, 2. Die Angaben sind ohne Gewehr. Das Wetter, in der Nacht im Osten abklingende Gewitter, später im Westen und Nordwesten, Durchzug einer Gewitterfront mit erhöhter Unwettergefahr. Tiefstwerte 22 bis 15 Grad, im Nordwesten 15 bis 12 Grad. Am Tage im Westen und Nordwesten nachlassende Starkregenfälle, danach wechselnd bewölkt und vor allem im Osten und Südosten längere sonnige Abschnitte. Am späten Nachmittag im Süden und Südwesten schwere Gewitter, Starkregen und Hagel, örtlich Orkanböen möglich, mit 27 bis 37 Grad, vor allem im Osten erneut schwül heiß. Das waren die Nachrichten. сыл họcverest 22 bis 38 Prozent aufgrund der Erk firearm準, bis 38, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 6, 3, 3, 4, 5, 5, 8, 8, 9, 10, 10, 10.